Die lange Groslam-Pause ist vorbei. Am Sonntag beginnt mit den French Open in Paris das zweite Major-Turnier des Jahres, vom 26. Mai bis zum 9. Juni treten dabei Herren und Damen beim mit 42,66 Millionen Euro dotierten Sandplatz-Turnier an, täglich im Live-Dicker. Dabei wird Deutschlands bester Tennisspielerin Angelique Kerber die Ehre zuteil, das erste Match auf dem umgebauten Philippe Châtry zu bestreiten. Bildergalerie Liebespaare im Tennis mit Graf Federer, Team Denn nur noch die French Open fehlen in ihrer Groslam-Sammlung. French Open, Kerber fehlt Matchpraxis, die Voraussetzungen dafür sind allerdings nicht gut. Nicht nur, dass Kerber sich auf Sand nicht so wohl fühlt wie auf Hartplatz und Rasen, wegen einer vor zwei Wochen in Madrid zugezogenen Bänderverletzung fehlt ihr die Matchpraxis. Kerbers Plan für die kommenden zwei Wochen lautet daher, von Tag zu Tag besser werden, rausholen, was geht und möglichst schnell einen Rhythmus finden. Mit der erst 18-jährigen Russin Anastasia Putapova bekam sie zumindest eine machbare Auftakthürde zugelost. Meist gelesene Artikel Meisterfeier 14.30 Uhr im TV und Stream so wild feierte Bayern das Double-Fußball, DFB-Pokal-Müller, nicht irgendein Sieg für uns, Fußball, Bundesliga-Watzke will Bayern stürzen, Fußball, DFB-Pokal-Boatern-Schwenz, Party mit Fans, Kampfsport, Wrestling-Hammer-Debüt-Gründ, AEW-Premiere-Federer gibt sein Comeback in Paris, Kampfs Nachkerber folgt mit Maximilian Matera der erste deutsche Herr. Er hat mit Stefanos Tsitsipas eine denkbar schwere Aufgabe vor der Brust. Der junge Grieche hat in der Sandplatz-Saison unter anderem Rafael Nadal besiegt und gilt als Geheim-Favorit auf den Titel der ZN-Gratis-Testen und Tennis-Highlights Live. Der Rekord-Großlarm-Sieger trifft in seinem Erstrunden-Match auf den Italiener Lorenzo Sonigo. Alle Partien und Ergebnisse im Überblick die Top-Partien und Matches mit deutscher Beteiligung am Sonntag. Port-Philippe Chetrie, Beginn 11 Uhr, 1. Match Angelique Kerber, Deutschland, Anastasia Putapova, Russland, 2. Match Stefanos Tsitsipas, Griechenland, Maximilian Matera, Deutschland, 3. Match Lorenzo Sonigo, Italien, Roger Federer, Schweiz, 4. Match Madison Brengel, USA, Karolina Pliskova, Tschechien, Kott Susanne Lengl, Beginn 11 Uhr, 2. Match Keine Shikori, Japan, Quentin Hallis, Frankreich, 4. Match Sloan Stevens, USA, Misaki Deo, Japan, Kott Simone Mathieu, Beginn 11 Uhr, 3. Match Venus Williams, USA, Elina Svitolina, Ukraine, Kott 1, Beginn 11 Uhr, 4. Match Robin Hase, Niederlande, Philipp Kohl Schreiber, Deutschland, Kott 6, Beginn 11 Uhr, 2. Match Malek Yaziri, Tunesien, Oskar Otte, Deutschland, Kott 7, Beginn 11 Uhr, 2. Match Laura Siegelmund, Deutschland, Sofia Zetok, Russland, Let's Block Ads.